ja ich hab deine Wolle aufgesammelt nein das ist Schnee dann habe ich den Schnee aufgesammelt kannst du ruhig haben Prozent aber die Masse ist auch um 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 die sind doch krank weil der Schnee will kann schau dir das jetzt mal an und jetzt kommt noch der ja muss ich mal einen aufnehmen beim besten den Speikopter hier gib mir die oder brauchst du Schnee was ist denn na 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 ich habe noch etwas verloren der Steiner der Druckplatte und die Motsau und die Motsau und 2 6 5 5 500 Diamanten mit der Schaufel, wo haben wir denn die Schaufel, da? Ich, jetzt komm ich. Das ist einfach so ekelhaft. Ey, irgendjemand soll mal aufnehmen. Was? Die Schaufel ist gerade kaputt gegangen, weil ich sie geschlagen habe. Das ist passiert immer, auch mit dem Schwert oder so. Wenn du jemanden anders schlägst, geht die kaputt. Deswegen schlägt man auch schneller. So, guck mal, in die Luft langsam, auf einen schneller, daran kann man das auch erkennen. Tatsächlich, hä, das ist mir nie aufgefallen. Ich hab gerade eine komplette Steinschaufel verarbeitet. Verdammt.